Hallo! Sie haben Rückenschmerzen und Sie haben keine Lust auf Schmerztabletten, auf Spritzen oder im schlimmsten Fall sogar auf eine Bandscheiben-OP, sondern Sie wollen lieber aktiv etwas für die Gesunderhaltung Ihrer Wirbelsäule tun und am allerliebsten wäre es Ihnen, wenn das auch noch Spaß macht, ganz einfach ist und nur wenige Minuten Ihres Tages in Anspruch nimmt, dann sind Sie hier genau richtig, denn es gibt Ihnen diesen Königsweg, wie Sie mit so wenig Zeitaufwand so viel für die Gesundheit Ihres Rückens tun. Mehr als 11.000 Menschen haben diesen Weg schon ausprobiert. Es gibt ärztliche Gutachten dazu und sogar die Johannes Gutenberg-Universität in Mainz hat in mehreren wissenschaftlichen Studien die positive Wirkung bestätigt. Hier kommt der springende Punkt. Das Problem, das Sie mit Ihrem Rücken haben, hat seine Wurzel möglicherweise gar nicht in Ihnen, sondern außerhalb von Ihnen, in Ihrem Umfeld und in unserer westlichen Kultur. Ja, Sie haben richtig gehört, denn wenn 60 bis 80 Prozent der Erwachsenen in Deutschland Rückenschmerzen haben, dann kann das kein Zufall sein. Da muss irgendwo ganz grundsätzlich der Wurm drin sein. Wir leben im Zeitalter der Mobilität, aber in Wirklichkeit sitzen und rollen wir doch fast die ganze Zeit nur noch herum. Die meisten Menschen sitzen sechs bis acht Stunden am Tag, manche sogar zehn bis zwölf Stunden oder sogar noch länger, auf Stühlen, die die Beweglichkeit der Wirbelsäule auf ein Minimum reduzieren. Hier liegt das Problem, nicht in Ihrer Wirbelsäule. Stundenlanges Sitzen auf herkömmlichen Stühlen ist komplett gegen die menschliche Natur. Da gibt es sogar ganze Bücher dazu. Dabei könnte die Lösung so einfach sein. Um Ihre Rückenschmerzen wieder loszuwerden, müssen Sie sich nur den natürlichen Bewegungsspielraum wieder zurückerobern, den unsere Wirbelsäule verloren hat, seit das Leben von uns Menschen sesselhaft geworden ist. Dazu verrate ich Ihnen später mehr. Darf ich mich zuerst noch kurz vorstellen? Mein Name ist Gabriele Wander. Ich bin Sozialpädagogin, Körpertherapeutin und Erfinderin. Auch mir tat früher oft der Rücken weh. Dann bin ich eines Morgens aufgewacht mit dem glasklaren Gedanken in meinem Kopf. Jetzt muss ich was tun. Ich war damals 25 und hatte ständig Rückenschmerzen beim Stehen, beim Sitzen und beim Gehen. Heute bin ich beschwerdefrei und sogar froh darüber, dass ich damals unter Rückenschmerzen litt. Denn diese Schmerzen haben mich erfinderisch gemacht. Und das Ergebnis von vier Jahren Entwicklungszeit ist ein weltweit einzigartiger Bewegungsstuhl, der mitten im Alltag, am Esstisch, am Schreibtisch und wo auch immer Sie sitzen, eine natürliche Beweglichkeit in Ihren Rücken und in Ihr ganzes Leben bringt. Können Sie sehen, wie schön beweglich und wie geschmeidig meine Wirbelsäule ist? So zu sitzen fühlt sich ganz einfach wundervoll an. Leicht und lebendig, flexibel und frei. Der rückenfreundliche Bewegungsstuhl wie Schuh hat nicht nur ein Gelenk, sondern gleich drei. Und das Besondere daran ist, dass durch diese drei Gelenke Ihre Wirbelsäule von innen heraus ins Schwingen kommt. Und zwar auf eine Weise, die der menschlichen Biomechanik entspricht. Sie sitzen von innen heraus aufrecht und spielerisch in einem Leben zugleich. Ihre Arbeitszeit am Schreibtisch wird dadurch zum effektivsten Rückenträgen, das Sie sich vorstellen können, und zugleich zum Genuss. Probieren Sie es aus. Testen Sie den Michu-Stuhl unverbindlich. Vier bis fünf Wochen lang, zu Hause oder im Büro. Ihre Wirbelsäule wird begeistert sein. Am besten rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Dann kann Ihr Michu schon bald auf die Reise zu Ihnen gehen. Ihr Michu freut sich auf Sie. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihren Rücken. Ihre Gabriele Wanda